Was sind eigentlich Eulenbären? Eulenbären eilt ein gewisser Ruf voraus. Eulenbären werden als wild, aggressiv, stur und übellaunig beschrieben. Und um ehrlich zu sein, ist da auch viel Wahres dran. Eulenbären gehören zu den gefürchtesten Raubtieren der Wildnis und ein hungriger Eulenbär stellt sich furchtlos jedem Monster entgegen, egal wie groß und stark es auch sein mag. Ein Eulenbär verlässt seine Behausung bei Sonnenuntergang und jagt in den dunkelsten Stunden der Nacht. Sie beanspruchen vorwiegend dichte Wälder als ihre Jagdrevier und nutzen ihr eulenhaftes Kreischen, um Beute vor sich herzutreiben. Wenn ein Eulenbär etwas erlegt hat, zerrt er den halbgefressenen Kadaver zurück in seinen Bau, um ihn dort zwischen Bäumen und Felsen zu lagern. Der dabei entstehende Leichengestank zieht Aasfresser an. Ein willkommener Snack für den Eulenbären. Auch wenn Eulenbären intelligenter sind als die meisten anderen Tiere, ist es unglaublich schwer, sie auszubilden. Mit ausreichend Zeit, Futter und etwas Glück kann man jedoch erreichen, dass der Eulenbären einen Meister anerkennt.